Ich bin voll boff, ey. Ich hab so viel Mittag gegessen. Ich bin der Richter. Ich hab die Gäste beschissen. Götter, warum habe ich ihn so an den Fuß in diese stinkende Grube gesetzt? Warum ist man da so geglitscht, ey? Ihr seid hier und mich werdet für das Verbrechen. Der ist ja an so einem Ding hier drin, ey. Dranger. Ja. Ja, okay, ich seh's. Ja, was zum Teil? Der tut nur mit dem einen Arm? Was hat das Hightech, ey? Das ist Bethesda-Boy. Eine kleine Preview auf Eldersport-Sekt. Genau. Lustiger Pirat, wenn wir dem aufs Maul gehen. Sag ich doch. Ja. Überhaupt nicht. Ja, lustiger Kleiner. Ich hab' den Affen gekillt. Ups. Da müssen wir uns was stecken. Einige Schubel in die gleiche Kiste. Ein Pflaster. Ah. Ich hab' mich manchmal wieder aussehen. Wir wollen die Katze, die immer noch hier vorsteht, ist gar nicht verdächtig. Jetzt bist du die Ratte da, pass auf. Hallo da. Bruh. Watt. Der ist aber vom Pferd gefallen, watt. Ah, verlappt. Ich hab' so irgend so einen gehört. Ich hab' den, da hab' ich nicht echt war. Ich bin auf. Der hat den Fischen angreifen. wenn sie ja ich bin doch nicht umgefallen ich war ruhig eine axt dafür auch ja danke für die information rechnen der für eine maske auf ist eine eule die die tippen ja wir sind cool aus ich komme wieder Der Junge ist in die Tretlinie geraten und hat keine Beine mehr. Das werde ich. Sammelt ein Landen. Was ist das denn schon wieder? Gibt es hier keine normalen Worte wie Cola? Wie dem? Wo? Wo? Oder wo? Und dann kriegt man ja da raus. Wir müssen Leute hier töten. Die hat irgendwie die erste, die erste, was mir in den Kopf kommt, ey. Durch so viel Druck. Da steht die Schlacht jetzt hier ab, ey. Ich bin der Barbar hier. Das ist die erste Reaktion von Männer. Ja. Wir müssen hier Leute umbringen. Das ist wie, weil du lest den, du bist, wird, hat durfte verlassen. Warum ist deine erste Reaktion immer auf irgendwas erst zu essen? Ja. Ich habe eine Kette gefunden. Ich auch. Ich spreche mit HTH. Ich hasse das hier. HTH. 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 hier meinen sohn ich habe diesen leichter gefunden aber hier ist eine kette geil er ist noch ein stück von meinen sohn dran einfach nur so ein finger oder ein kopf so ein finger an der halsgitter ganzen zum kopf am besten wir müssen hier rein ich will da rein das ist wieder so ein klischee auf der gamername wagner ich habe mal nachgeguckt wie man diese einen foozis da besiegt die wir letztens versucht haben in dem dungeon da wo diese drei typen da aufgetaucht sind weißt du ja irgendwie natürlich wieder einer dieser mission was geht bruder bist du so klein mein schwarz ist viel größer als deiner auch mein gott habe ich das ist sicher guckt immer mein natürlich drei verbrauchen wir schwänzeln bis jetzt was ist das denn schon wieder hat mich mal die chance zu leiden wir nehmen nur noch blick in der sachen genau als andere ist unter unsere würde alles andere ist nur spielst ja genau bleiben wir das schwächt unsere wurzeln das ging ziemlich schnell vorbei oh keiner was zum teil ist mit meiner katze los also nicht die da oben irgendwie an der wand ja irgendwie schon was zum teufel bei der kett tut immer was ein speiler geht auch so tun was soll das auf damit okay gut und hat mich dann auch sehen können wauwes kätzchen ey die katze ist genauso mongo wie du ey ist so erbärmlich irgendwie ich komme wertlos sind angegriffen aber aus versehen auf den geschossen aber irgendwie hat er nichts gewacht ist er überhaupt verboten hat es ein häftling kaiserliche gedenkwünzen der peter na verdammt ich habe die gelohnt und jetzt habe ich auch ein kopfgeld nein oh gott ok warum bin ich am dammsten ich dampfe der dana ist so einer der sagt warum gehst du denn die wachen an und dann tut er die sofort looten nachdem ich die getötet habe weißt du der findet nicht gut was ich mache aber der hat macht auch nichts dagegen wir sind doch bereits tot die monaten immer deren familie er brauchte das nicht mehr du bist ein baster das genau wie in fallout seine leiche ich nehmt mit welche gesetze gibt in frauen oder rechte die menschenrechte wütend werden wütend wütend also ja gefangen spüre wie mein geist jeden tag ein stück entgleitet ich bin ständig so wütend ich kann nicht wütend ich bin in den halk ja ich was packen wütend i can't even